Das ist Cody Abilene, ein Privatdetektiv mit einem ansehnlichen Kundenstamm. Er operiert im Untergrund. Hi, ich bin May und das ist meine Freundin Faye. Mit dem Ziel, den nackten Tatsachen auf die Spur zu kommen. Ja! Das ist die Gräfin. Eine Geheimagentin der Regierung mit ihren ganz eigenen Fertigkeiten. Und beide begeben sich in Gefahr. Auf der Malibu Express. Das ist was ganz Neues. In einer Welt der hohen Wellen, tiefen Schlägen und gefährlichen Kurven spielt Cody ein tödliches Spiel. Vorwärts oder ich puste dich weg. Halte durch! Ich hole Hilfe! Du befährst dich! Tu mir leid, Baby. Ein Schluck Wasser. Das FBI will ihn zurück. Es darf kein Verdacht entstehen. Irgendwie muss er doch auf sein. Die Russen wollen ihn tot und die Mädels von der Nachbarjacht wollen ihn einfach nur. Ich hab gehört, du bist dein Privatdirektchen. Und Cody Abilene kriegt immer sein Mädchen. Du bist wunderbar. Also packt euer Auto, versteckt eure Knarren und sperrt eure Töchter ein. Cody Abilene hat gerade einen neuen Fall bekommen. Er ist schwer zu fassen. Du bist ein echter Genießer. Schwer zu halten. Nach Hause. Schnell. Schwer einzuschätzen. Und absolut unwiderstehlich. Mit Sibyl Denning. Darby Hinton. Und fünf Playboy Playmates. Aber das ist nicht der Grund, warum du hier bist. Ich muss dir noch ein paar Dinge erklären. Rall und Kess auf der Malibu Express. Es wird heiß. Von Texas bis Malibu Beach. Würde ich jeder Frau aus einer Bedrängnis helfen? Ja, Madam, das würde ich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017